Hat meine Aufnahme nicht gestartet? Okay, nochmal. Hallo, zurück, YouTube. Ich bin wieder da. Ich bin gerade am Looten. Meine Aufnahme ist irgendwie eben nicht losgegangen, aber so viel ist noch nicht verpasst worden. Sind im ersten Haus, haben ein paar Schrecken gekriegt. Alles gut. Ein bisschen was eingesammelt. Ein Kühlschrank noch, wenn ich gelootet. Okay, wollte ich eigentlich immer als erstes machen. Da müssen wir in die Toilette noch rein. Kaffee. Kaffee ist gut. Solange wir kein Bier haben, ist Kaffee gut. Wenn wir Bier haben, nehme ich nicht mehr das Bier. Das ist jetzt nicht, weil ich was trinken will. So, und die hatten wir. Den brauchen wir noch nicht. Die hatten wir auch. Ja, das Haus ist durch und ich bin schon wieder voll. Weil ich muss ja gleich sowieso einmal zurück, weil ich bin infiziert. Wenn man einmal nicht aufpasst. Mal ein bisschen Holz mit. Einen Platz haben wir. Wir können auch mal ein, zwei Bäume noch wieder. Einen Platz hatten wir. Wir können jetzt keine Bäume. So schnell geht das. Zerlegen, dann kriegen wir es wenigstens mit. Äh, achso. Falsche Seite. Sagt mir das doch. Ich bin gerade ein wenig durcheinander wegen den ganzen Zombieletten da. So, ich will auf jeden Fall erstmal einen Honig essen und ich hoffe, dass wir noch Honig haben. Ich habe die ganze Zeit jetzt nicht nachgeguckt, ob wir Honig haben. Halt ab. So. Hoffen und beten. Gut, dass wir in der Kirche sind. Honig. Ein. Ja. Ja, das sollten wir mal loslegen wieder. Scheiße, das. Fett. Leere Gläser. Spiritus. Nudeln. Schmerzmittel. Ob wir da mal einen nehmen können. Was hinterher trinken. Nochmal was hinterher trinken. Lander rein. Boah, das ist auch schon bald voll. Ich hoffe, das meiste stickt sich irgendwie. Tut's wahrscheinlich nicht, aber tut's wahrscheinlich nicht, aber sieht's aus. Amboss fertig. Schön. Ich will jetzt nicht lange laufen lassen, weil eigentlich soll da Eisen rein. Aber ich möchte jetzt erstmal einen Kochkollern haben. Und ich mach mir jetzt Oh, machen wir zweimal 50. So, und nehmen wir mal angestellt. Und es ist feucht hier draußen. Boah, komm. Ehe da dran vorbei. Pack dich doch mal dran vorbei. Jetzt nehmen wir gleich ein, zwei Bäume mit. Und ein bisschen, äh, und ein, zwei Steine. Weil, dann weiß ich wenigstens noch so Platz ich haben muss. Ach, der hat jetzt gar keine Sachen gebracht, ne? Das waren ja auch die anderen, das waren ja keine Birken, ne? Ja gut, wir wollen ja eh da lang. Ne, da lang. Gut, warum bin ich jetzt gerade so durcheinander? Verstehe ich nicht, muss ich nicht verstehen, aber kriegen wir wieder hin, kriegen wir alles hin. Oh, ein Stein. Echt, ich würde mich mitnehmen. Okay. Alleine mit dem, was wir so an Rohstoffen besorgen wollen, nebenbei, werden wir wahrscheinlich schon ziemlich vor sein. Das heißt, dann machen wir gleich erstmal nochmal nach Haus. Und dann kümmern wir uns mal so grob um die Abwehr. Nur grob. Jetzt habe ich aber welche gekriegt, ne? Ja, Maple Seeds. Ne, den konnten will ich nicht. Das war der Kocken. Das war die Axt. Aber auch auf 105 jetzt. Ich bringe die noch einiges. Richtig schön Stein mitnehmen. Kann man wirklich gucken, ob wir auf Fleckstones gehen. Erstmal für den Anfang alleine Stein wegen dem Metall. auch wenn es nicht viel ist. Und zwar 27 aus einem ist okay. Bringt wenigstens erstmal ein bisschen was. Und es levelt. Und es levelt. auch zwei Steine. Und zwei Bäume. Das haben wir jetzt gleich geschafft. 500 und Holz. 200 Steinen. Das sieht schon mal gut aus. Ach, da hinten geht die Olle Tuse da. So. Wir haben gesagt, wir waren hier drinnen. Das gehört zu der Straße. Wir machen die Straße erst zu Ende. Dann gehen wir erstmal hier rein. Hallo? Keiner drinnen? Soll es auch geben. Aber immer aufpassen. Es könnte ja auch was reinkommen. Mais und leere Gläser. Hätte ich jetzt noch kein Mais, hätte ich mich jetzt extrem gefreut. Glasscheibe. Hätte ich nicht so viel leere Gläser, würde ich auch die Glasscheibe machen. nix dran. Okay. Rechnet es noch? Ja. Dann nehmen wir das letzte Haus auf der Straßenseite mit. Dann geht es da rum erst weiter. Ich höre raus. Bist du das? Oder ist das... Möchte ja keine Wanderhorde verpassen, ne? So. Hab ich dich oben schon geweckt, oder was? du warst tot ist oben überhaupt was unten ist was oben auch da gleich hinter mir wie hast du mich denn jetzt getroffen oh das hört sich nach einer wandung an ja ja hallo hallo hier bin ich ja hallo ich will wenigstens die meisten irgendwie zusammen haben hi hier ach die anderen kommen in meine Richtung oh das ist doch schon mal eine größere Wandung hallo nicht wegrennen wir beiden sollten auch hier bleiben reicht schon wenn ich eventuell ein Spire am Anfang verpasst habe und die anderen kommen jetzt noch oh das ist doch eine geile Wand oh genau durch geile Wanderhorde der kommt her kommt her du bist auch gern gesehen seid alle gern gesehen oh erdwob hi mitte so nochmal umdrehen du bist tot okay hey da will jemand abhauen da wollen zwei abhauen hallo 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 so geht das nicht wir wollen alle hierbleiben wir wollen alle Freunde werden so kannst du auch noch herkommen so jetzt alle Freunde geworden waren das jetzt auch alle okay schön schön so geht das mit den Wanderhoren jeden Tag einen das wäre schon mal ganz gut der Erdwob ist in Richtung meines Händlers da müssen wir ja auch noch einen das macht sich alles alles gut zusammen Schimmel-Niegers-Bot jetzt wird hier wieder kalt warum das weil wir uns umziehen wollten und hat schon gestern ähm ja gut kann man ja mal vergessen wenn die Sachen so schön aussehen dann vergisst man auch mal sich umzuziehen oh ne Glas brauchen wir nicht das kann man dann wieder rauswerfen Glas kann raus das kann raus hm ich bin schon naja das kann auch raus ich bin schon voll obwohl ich das Haus nicht mal zu Ende gedootet hab ah ne das war das falsche auf der anderen Seite war es hat mich ja die Wanderhorde rausgelockt dann probieren wir mal noch ein paar Sachen mitzunehmen haha ein paar Sachen mitzunehmen das war es dann auch schon wieder hm ok nicht mal Eisen hab ich platz aber das bringt die bringt gar nicht so viel aber wenigstens das Eisen so Wasser haben wir vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen was raus oben und unten brauche ich glaube ich gar nicht hin das müssen wir dann auch noch mal das ja obwohl oben ist nicht so viel ähm im Rucksack könnte noch was drin sein ah ne den hatte ich ok der oben ist wirklich nicht viel unten gucken wir dann aber wenn wir die Sachen weggebracht haben dann seh ich mal zu dass ich noch ein bisschen was mitnehmen kann bisschen Roheisen mitnehmen ich seh schon wieder Schrott noch ein zwei Bäume weil Holz brauchen wir auf jeden Fall mehr immer schön alles im blick habe ich hier gebuddelt ah warte komm her kannst du mir gerade in der Arme laufen aber nicht gleich den Kopf verlieren hm ok gerade in der Arm gelaufen Holz lebenswichtiges Element das Holz da vorne ist einer genau aber mit 600 Holz kommt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter da sind 60 Aufwertungen die haben wir da oben aber locker wichtig ist erstmal das Abdeffen von außen können wir nochmal 10 Stacheln anwerfen nebenbei 200 Holz so und wie wir das Haus abdeffen sehen wir dann in der nächsten Folge bis denne dann